Laut neuesten Berichten stehen fünf Top-Spieler vor einem Verbandswechsel zur Nationalmannschaft von Ghana und ich werde jetzt im Folgenden einfach mal so ein kleines Gedankenspiel machen, wie sie dann mit den Spielern aufstellen könnten und was das für ihre WM-Teilnahme bedeuten würde. Doch welche Spieler sind das? Bei den Spielern handelt es sich um Nico und Iñaki Williams von Atletico Bilbao, die ja bekanntermaßen Brüder sind. Des Weiteren geht es um Eddie Nketiah von Arsenal, um Callum Hudson-Odoi von Chelsea und auch um Tarek Lamptey von Brighton & Hove Albion. Nketiah und Lamptey sind jeweils U21-Nationalspieler Englands aktuell noch, während Nico Williams bei Spanien in der U21 kickt. Hudson-Odoi und Iñaki Williams haben schon jeweils A-Länder-Spiele für England bzw. Spanien gemacht, aber sie haben sich nach den Regularien noch nicht festgespielt, weshalb ein Verbandswechsel noch möglich ist. Nun heißt es also, dass alle fünf Spieler zu Ghana wechseln wollen, um mit ihnen die WM zu spielen. Gemeinsam haben sie einen Marktwert von 96 Millionen und sind somit mehr als halb so wertvoll wie der aktuelle Kader von Ghana. Und vom Marktwert her würde man mit ihnen auf jeden Fall einen ordentlichen Sprung machen im Vergleich zu den anderen WM-Teilnehmern und man wäre somit nach Senegal das zweitwertvollste afrikanische Team und auf Augenhöhe mit Mannschaften wie zum Beispiel der Schweiz. Ich habe mir nun also mal ein paar Gedanken gemacht, wie Ghana ausstellen könnte, wenn sich jene fünf Spieler eben für einen Verbandswechsel entscheiden und die Bestbesetzung könnte dann eben folgendermaßen aussehen. Da sind jetzt auch Leute dabei wie ein Salisu, der zum Beispiel noch nie nominiert wurde, aber gute Leistungen in der Premier League bei Southampton zeigt. Generell sieht man einfach, der Kader hat extrem viel Tempo, fast auf allen Positionen und es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, mit der man offensiv Fußball spielen sollte bzw. aufgrund des enormen Tempos auf jeden Fall auf Konter setzen sollte. So wie ihr es jetzt seht, ist das vielleicht ein bisschen offensiv angeordnet, aber das Ganze geht auch defensiver, zum Beispiel kann man Salisu als Linksverteidiger spielen und dann halt einen anderen Innenverteidiger reinpacken wie eben Aydou oder Amate. Das wäre auf jeden Fall eine sehr starke Mannschaft, bei der dann auch noch gute Spieler aus Europas Top-Ligen auf der Bank sitzen, wie eben Nico Williams in diesem Fall oder eben auch Chiare, Duncan, Ayou und zum Beispiel auch das 19-jährige Top-Talent Afenak Jan von der AS Rom. So wie man es jetzt sieht, ist das Team halt überhaupt nicht eingespielt, weil sich die Spieler gar nicht untereinander kennen und man hat auch keine gemeinsamen Abläufe, aber rein von der Qualität wäre das auf jeden Fall ein richtig guter Kader und da die Landessprache Englisch ist, sollte es auch keine kommunikativen Probleme untereinander geben. Moralisch gesehen stellt sich dann noch die Frage, ob es okay wäre, dass jetzt solche Stars kommen und die WM spielen, für dessen Qualifikation aber ganz andere Spieler zuständig sind, die dann selbst wiederum auf die Bank müssen oder eben gar nicht an der WM teilnehmen dürfen. Das Ganze kann ich so auch vollkommen nachvollziehen, allerdings sollte letztendlich dann doch der Erfolg über allem stehen und eben die besten Spieler spielen, die zur Verfügung stehen. Alle fünf genannten Spieler sind nicht in Ghana geboren, aber wenn sie dann dennoch alles für den maximalen Erfolg für das Land geben, fände ich es aus ghanaischer Perspektive in Ordnung und würde es auf jeden Fall sehr, sehr gerne sehen. Was bedeutet das Ganze für die WM-Teilnahme von Ghana? Und da ist man ja in einer Gruppe mit Portugal, Uruguay und Südkorea und am Status Ghanas ändert sich eigentlich nicht wirklich viel. Ich denke, es ist weiterhin so, dass Portugal der Favorit auf Platz 1 ist, Uruguay auf Platz 2, Südkorea auf 4 und Ghana wie ohnehin schon auf 3. Allerdings denke ich, dass es mit den genannten Spielern auf jeden Fall wahrscheinlicher ist, dass man die Überraschung schafft und weiterkommt, beziehungsweise wäre es für mich keine wirkliche Überraschung mehr, aber es ist für mich dennoch eher wahrscheinlicher, dass Uruguay sich durchsetzt, wenn man das jetzt ein paar Mal spielen würde. Und ich habe das Gedankenexperiment noch ein bisschen weitergeführt und mir gedacht, was wäre, wenn eben jene genannte Spieler wirklich zu Ghana wechseln und das noch richtig erfolgreich sein sollte. Wer könnte sich noch zu ihnen hinzugesellen, der eben auch ghanaische Vorfahren hat und eben für Ghana spielberechtigt wäre? Und ich gehe es einfach mal schnell durch. Wir hätten da Jeremy Frimpong von Leverkusen, was ich allerdings sehr unrealistisch finde, da er wahrscheinlich demnächst für die Niederlande debütieren wird. Außerdem haben wir noch Ansgar Knauf, Brian Probey, Francis Amusu, Kelvin Yeboah und auch noch Jamie Leveling. Und da haben wir auf jeden Fall ein paar interessante Namen, die je nachdem, wie sie sich entwickeln, auch noch in der Zukunft für Ghana spielen könnten. Und damit sind wir am Ende angekommen. Lasst mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Ganzen denkt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ansgar Knauf Vielen Dank.